Ein Bier ganz nach deinem Geschmack, das brauchst du dir am besten selbst. In diesem Kurs brauchen wir ein helles, einen starken, dunklen Bock und ein hopfenintensives IPA. Toll! Da kommt wieder das Pale Ale Malz super raus, also wirklich leuchtend, orange, kupfer. Aber wir steigen noch mal tiefer ein in die Materie der Rohstoffe, Malz, Hopfen, Wasser, Hefe. Jetzt wollte ich aber euch auch noch mal das Schroten zeigen, weil das ja schon noch mal eure Bierqualität verbessern kann, wenn ihr das Malz frisch schrotet. Das schaut wunderbar aus. So, ihr kennt das Prozedere schon, schonend, einmaischen, also auch gerne mal umrühren. Ein Aushängeschild für ein tolles Bier, das ist immer der Schaum. Und da haben wir jetzt diese leichten Getreidenoten, ein bisschen einen leichten Honig, aber auch die grasigen Hopfennoten. Also nach dem Kurs seid ihr wirklich schon fortgeschrittene Heimbrauer. Mein Name ist Marlene Speck und viel Spaß bei meinem Online-Kurs bei siebenhauben.com. Also nach dem Kurs ist Marlene Speck und viel Spaß bei ihnen.